Jetzt bremst doch, mein Gott! Ich verlasse dich, Thierry. Ah, was? Du willst die Scheidung in Ordnung. Aber vorher machen wir eine letzte Familienreise. Athen? Wir wiederholen Griechenland 98. Aber was, wenn wir nicht wollen? Das wird kompliziert für uns. Ich hab eine Menge Arbeit. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Thierry, aber als Rentner bekommst du fast Überlermäßigung. Wenn du mitkommst, gebe ich dir einen Tausender für Ibiza. Willst du mich bestechen? 1,5. Letztes Angebot. Wann geht es los? Das ist keine Reise, Monsieur. Das ist eine Rückeroberung. Inchallah, Bruder. Inchallah. Kinder, stellt die Uhren um. Wir sind im Jahr 1998. Na los, mach dein Foto. Wie nett. Urlaub im Müllwagen. Willkommen im Megalus Uranus. Hat sich kein bisschen verändert. Wie wir. Arschbombe. Na los. Idioten gibt es. Der Typ hat sich eben umgebracht. Nochmal Ferien wie vor 20 Jahren. Los. Nochmal diese Magie. Es ist ein Pornostar. Rocco si Freddy. Ihr seid am Arsch. Verzeihung. Wir haben entschieden, uns zu trennen. Aber hier spielen wir die heile Familie. Das ist lächerlich. Thierry, was soll das jetzt? Ich hab meinen Spaß. Wir sind doch getrennt, oder? Madame, ich bin dann als Nächste dran. Nein, an der Nächste. Überraschung. Meine Frau verlässt mich. Meine Kinder denken, ich bin ein alter Sack. Alles bestens. Es ist nichts Schlimmes daran, Erinnerungen zu schaffen, aber die schönste Erinnerung muss die nächste sein. Aus mir. Untertitelung. BR 2021